Vor ein paar Minuten war es dann auch endlich bei mir soweit. Der DHL Express Service stand bei mir vor der Tür. Und was hatte er Schönes dabei? Natürlich das neue iPhone 6. Auspacken tun wir es nach dem Intro. Also gleich geht's los. Viel Spaß! In diesem Jahr gab sich Apple mit der Verpackung nicht wirklich viel Mühe. Das Ganze kommt in einer weißen Box. Oben ist das iPhone 6 mehr oder weniger abgebildet zum Tasten. Auf der linken Seite haben wir den iPhone-Schriftzug mit dem Apple-Logo. Unten wurde einfach weggelassen. Und auf der rechten Seite finden wir nochmal das Apple-Logo mit dem iPhone-Schriftzug. Auf der Rückseite befindet sich das übliche. Wir sehen, wir haben hier die 64 GB Version des iPhone 6. Übrigens ist es in Gold. Und das war's dann auch schon mit der Verpackung. Machen wir das Ganze auf und schauen wir uns mal an, was sich im Inneren befindet. Die Verpackung ist von der Box entfernt. Und nun kommt der magische Moment. Wir heben den Deckel der Box an. Und tada! Da ist schon das iPhone 6. Wie immer ist es das Erste, was uns entgegenkommt. Das iPhone an sich selbst. Wir sehen, hier haben wir das Ganze in der weißen Version. Und zwar gekoppelt mit Gold. Unten sehen wir schon den Touch-ID-Sensor. Doch wir nehmen das iPhone jetzt mal raus. Vielleicht schauen wir nochmal kurz an, weil es ist schon wirklich sehr, sehr schön. Doch nun legen wir das iPhone auch schon mal zur Seite. Denn wir sind hier bei einem Unboxing. Und dann schauen wir uns mal an, was sich noch alles darin befindet. Als erstes haben wir natürlich das Apple-typische Booklet. Darin befindet sich das SIM-Karten-Entfernungstool. Diese kleine Nadel hier. Und darin befinden sich noch weitere Produktinformationen zum iPhone 6 und Apple. Und was weiß ich nicht noch alles. Und zum Schluss haben wir natürlich auch noch unsere guten alten Apple-Sticker. Doch das war natürlich noch nicht alles. Wir haben noch drei weitere Sachen. Einmal das Lightning-Kabel, also Lightning auf USB. Dann einmal das deutsche Ladegerät. Und zu guter Letzt haben wir natürlich noch die Earpods dabei. Welche ich persönlich sehr gut finde. Doch nun weg mit der Verpackung und schauen wir uns das iPhone mal etwas genauer an. Der erste Eindruck ist schon mal sehr positiv. Das Gerät liegt wirklich sehr gut in der Hand. Also ich bin sehr zufrieden, die 4,7 Zoll Variante genommen zu haben. Und auch die Farbkombination Weiß-Gold gefällt mir weiterhin sehr gut. Jetzt entfernen wir auch schon mal die Schutzfolie. Das ist ja immer das Schönste an einem neuen Gerät. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal von allen Seiten etwas genauer an. Auf der Vorderseite haben wir, wie vorher bereits erwähnt, das 4,7 Zoll Display. Darunter der Touch-ID-Sensor. Und oben neben der Lautsprechermuschel haben wir die FaceTime-Kamera und darüber noch einige Sensoren. Auf der linken Seite befindet sich der Mute-Switch sowie die lauter Leise-Tasten. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Neuem. Und zwar auf der rechten Seite befindet sich nun neben dem SIM-Karten-Slot auch der Power-Button. Wenn wir uns nun mal die Rückseite ansehen, fallen uns gleich einige neue Dinge auf. Als erstes haben wir natürlich wieder das App-Logo. Und da ist auch schon mal was Neues dran. Das Ganze ist jetzt aus Stainless-Steel. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann haben wir noch die weißen Antennen-Linien. Diese stören mich jetzt nicht wirklich. Aber dann kommen wir noch zur Kamera. Und diese steht beim iPhone 6 und auch beim 6 Plus etwas aus dem Gehäuse heraus. Ob das Ganze im Alltag störend ist, werde ich erst im Review sagen können. Ich möchte das vorher lieber ein bisschen testen. Ein Dealbreaker ist diese herausstehende Kamera jedoch auf keinen Fall. Denn die Kamera wurde wieder verbessert. Ihr könnt bessere Fotos und auch bessere Videos mit diesem Gerät machen. Wie das Ganze dann im Endeffekt aussieht, kommt im Review. Wenn wir uns das iPhone nochmal im Ganzen ansehen, dann fällt uns gleich auf, wie dünn das Gerät ist. Man merkt den Unterschied zum Vorgänger, dem 5S, schon nochmal deutlich. Doch in der Hand liegen tut es wirklich gut, vor allem durch das größere Gehäuse. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Unterseite des Gerätes an. Hier haben wir auf der linken Seite den 3,5 mm Klinkenanschluss. Daneben direkt das Mikrofon. In der Mitte befindet sich der Lightning-Anschluss. Und auf der rechten Seite haben wir die optisch neu bearbeiteten Lautsprecher. Und das war es dann auch schon wieder mit dem Unboxing und First Hands On vom neuen iPhone 6 in der Farbe Gold. Zu diesem Gerät werden noch einige weitere Videos in Kürze folgen. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, Daumen nach oben und lasst mir doch einen Kommentar da. Und sagt mir, was ihr vom neuen iPhone 6 haltet und ob ihr es euch auch kauft oder sogar das 6 Plus. Eure Meinung würde mich sehr interessieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.